4 4 4 3 5 4 3 das kann doch kein zufall sein 2 5 sie sehen schon mal bin ich blind hier ein fünfer was mache ich hier ich würfe und begrüße sie herzlich zur nächsten vorlesung wir wollen das heute wahrscheinlichkeits verteilungen anschauen auf dem wir letztes mal letzten video und den begriff der wahrscheinlichkeit vor allem den frequentistischen begriff der wahrscheinlichkeit nach den axiomen von kolmogorov noch mal ein bisschen angeschaut haben und damit auch ein bisschen gerechnet haben satz von base etc geht es heute darum das was wir über verteilungen wissen die wir verteilen beschreiben können anzuwenden auf sogenannte zufalls variablen das was ich hier gerade mache ist natürlich eine zufallsvariable wir kennen alle ganz gut den raum der möglichkeiten dessen was gleich passieren kann diesen raum nennen wir omega sie erinnern sich und eine einer der möglichen werte realisiert sich jetzt sozusagen wenn man das so sagen darf jetzt hat sich die 4 realisiert und wenn ich sie jetzt mal frage was ist eigentlich die wahrscheinlichkeit dass jetzt gleich hier eine 3 kommt kam eine 3 es kam eine 5 aber was war die wahrscheinlichkeit die wahrscheinlichkeit war würden sie mir sicher zustimmen ein sechstel weil wir sechs verschiedene ereignisse elementar ereignisse hatten und dass sich eines davon verwirklicht hat bei einem würfel die wahrscheinlichkeit ein sechstel das wissen sie alle oder wissen nehmen wir haben ein sehr intuitives gespür dafür und sozusagen haben sie direkt gerade wenn ich sie gefragt habe was ist die wahrscheinlichkeit dass gleich eine 3 kommt quasi direkten zugriff auf die wahrscheinlichkeitsverteilung die diesem würfel als zufallsexperiment kann ich auch sagen zugrunde liegt ja die frequentistin der frequentist würde eigentlich sagen lassen sie uns das mal ausprobieren wie wird denn on the long run wie man im englischen auch sagt die relative häufigkeit dieser drei als ein mögliches ereignis ausfallen ja und damit haben wir eigentlich zum ersten schon eine wahrscheinlichkeitsverteilung etabliert nämlich die zugegebenermaßen auf den ersten blick etwas langweilige gleichverteilung nach simon laplace würde ich sagen wenn ich einen ergebnisraum ereignisraum manchmal auch genannt omega mit n ereignismöglichkeiten habe in dem fall sechs ereignismöglichkeiten und nichts weiter weiß a priori dann ist von gleichverteilung dieser wahrscheinlichkeiten erstmal auszugehen und dann ist die wahrscheinlichkeit eines ereignisses a in dem fall hatten wir gerade gesagt das ereignis wäre die 3 kommt die wahrscheinlichkeit des ereignisses a ist dann anzahl aller für dieses ereignis günstigen ergebnisse das ist etwas technisch ausgedrückt in dem fall heißt es einfach die drei geteilt durch die anzahl nk aller möglichen ergebnisse in dem fall 6 ja das ist intuitiv einleuchtend das ist insofern jetzt aber ein guter start für diese vorlesung weil wir sagen können wir haben wir können es eigentlich so ein graf machen der jetzt vieles dessen eigentlich benutzt was wir aus der deskriptiv statistik kennen wir würden auf der x-achse die möglichen ereignisse die möglichen ausgänge unseres zufallsexperiments abtragen das wären sozusagen hier auch gezeigt römisch tschuldigung klein x i sozusagen das wären die möglichen ausprägungen die unsere zufallsvariable groß x annehmen kann und auf der y-achse würden wir abtragen die machen wir das hier mal groß kann ich ihnen das zeigen hier auf der y-achse tragen wir sozusagen die wahrscheinlichkeit ab dass die zufallsvariable groß x einen bestimmten wert x i annimmt die achse habe ich immer von 0 bis 7 gemacht das soll sie nicht weiter stören wir können uns jetzt vorher schon überlegen und uns darauf einigen dass natürlich eigentlich nur die werte 1 2 3 4 5 oder 6 jeweils eintreten können bei einem würfelwurf und wenn diese frequentistin jetzt sehr sehr oft ihren würfel wirft dann bekommen wir hier ja irgendwie ein mögliches pattern und zwar noch mal das ist eigentlich jetzt gerade entweder etwas was die statistikerin ausprobiert hat durch würfelwurf aber wichtiger eigentlich das ist etwas was wir uns schon a priori jeden würfelwurfs überlegen konnten was sie auch in ihrem kopf eigentlich hatten auf diese gleichverteilung die sie hier sehen diese verteilung was sie hier haben sind ja eigentlich sozusagen diese sechs stabdiagramme tschuldigung diese sechs stäbe sollte ich sagen das ganze ist nennt man auch ein stabdiagramm und die sind alle gleich hoch die haben alle die gleiche wahrscheinlichkeit von etwa 16,6 prozent 0,1667 1 sechstel ja was wir jetzt hier also haben ist schauen wird es hier jetzt auch sehen genau das nennen wir eine uniforme wahrscheinlichkeitsverteilung oder auch gleich verteilung und hier unten sehen wir noch wir nennen das auch eine probability mass function das ist die wahrscheinlichkeitsfunktion wiederum wir hatten vorher in der deskriptiven statistik schon oft von häufig bei häufigkeitsverteilungen von der verteilungs eine häufigkeitsverteilung gesprochen und das ist jetzt eine wahrscheinlichkeitsverteilung oder auch wahrscheinlichkeitsfunktion und warum heißt die probability mass function in diesem maß also masse funktionen sozusagen steckt drin dass diese spezielle zufallsvariable würfelwurf ja eben diskret ist die kann nur sehr bestimmte werte annehmen nämlich genau die hier gezeigten deshalb zeigen zeigen wir das auch gerne in so einem in so einem stabdiagramm weil wir sagen wir haben dann hier eben nur die möglichkeit tatsächlich diese diskreten werte anzunehmen ebenfalls analog zu dem was wir aus der aus der deskriptiven statistik von den lagemaßen kennen können wir jetzt bei so einer wahrscheinlichkeitsverteilung fragen was ist denn eigentlich der erwartungswert sozusagen der mittlere wert den ich erwarten würde wenn diese zufallsvariable würfelwurf sich sehr oft verwirklicht verschiedene werte annimmt was ist der wert den wir im mittel erwarten würden und da greifen wir ebenfalls zu unserem lieblingstrick nämlich zu einer gewichteten summe die formel die sie jetzt hier unten sehen ist quasi wieder dieselbe die wir immer für gewichtete summen nehmen und die wir auch beim arithmetischen mittel als eine möglichkeit zum berechnen des arithmetischen mittels uns angeschaut hatten und auch als wir kategorisierte daten hatten hatten wir das mal so angewendet wir würden sagen was ist die wahrscheinlichkeit dass ein dass die zufallsvariable x einen bestimmten wert x e annimmt also zum beispiel was die wahrscheinlichkeit dass sie den wert 1 annimmt ein sechstel und das gewichte ich jetzt mit dieser ausprägung x e und dann gehe ich weiter und schau wie wahrscheinlich ist dass es die 2 wird dass dieser ausdruck hier vorne ebenfalls ein sechstel mal zwei und so summe ich das auf über alle möglichen ausprägungen meiner hier ja diskreten zufallsvariable die in dem fall auch diesen speziellen fall eine endliche anzahl von möglichen ausprägungen hat nämlich diese sechs verschiedenen und dann könnte ich so eine art erwartungswert für die zufallsvariable ermitteln für die zufallsvariable x gleich würfelwurf und bekäme einen mittelwert von 3,5 genau und das ist eben auch schon wieder eine gewichtete summe das war jetzt schon unsere erste wahrscheinlichkeitsverteilung an der wir vor allem an diesem graf den ich hier zeigen wollte schon vieles gesehen haben und auch vieles eigentlich wieder gesehen haben was wir von den häufigkeitsverteilungen schon kennen und was wir dort etabliert haben der größte unterschied vielleicht da es eine wahrscheinlichkeitsverteilung ist und in dem fall eine probability mass function wir haben auf der y-achse wahrscheinlichkeiten und wir können jetzt weitergehen und sagen wir haben die gleichverteilung kennengelernt als eine wahrscheinlichkeitsverteilung von der wir oft ausgehen wenn wir erstmal keine anderen voranlagen haben wir wollen jetzt im folgenden noch zwei andere sehr wichtige diskrete wahrscheinlichkeitsverteilungen angucken das eine ist die binomialverteilung und das andere ist die poissonverteilung und je nachdem wie wir dann zeitlich stehen werden wir hier in diesem video dann auch noch das überführen in die sogenannten stetigen wahrscheinlichkeitsverteilung wo eben nicht mehr diskrete ereignisse auf dieser x-achse hier abgetragen sind sondern diese probability mass funktion die nur an ein paar diskreten werten überhaupt sozusagen sich ausprägen kann und die man deshalb ganz gut mit zum stabdiagramm zeigen kann das überführen wir dann in eine stetige wahrscheinlichkeitsverteilung die dann quasi alle mögliche werte annehmen kann und wir sprechen dann auch von einer wahrscheinlichkeitsdichte funktion oder probability density funktion aber das ist noch ein bisschen dorthin die sogenannte binomialverteilung möchte ich einführen anhand des ihnen so populärwissenschaftlich zumindest bekannten milgrim experiment das experiment von milgrim ist ziemlich berühmt berüchtigt umstritten vielleicht teilweise auch berühmt für die wie soll ich sagen für die die falschen für die falschen aspekte es ist auch mittlerweile gar nicht mehr so klar ob es da wirklich so ganz mit rechten dingen zu ging bei dem experiment aber wir nehmen es mal für das was es ist ein sehr wichtiger meilenstein in der sozialpsychologischen forschung was war die idee von milgrims experiment oder was war der kernbefund der auch das experiment so berühmt gemacht hat wenn sie jetzt keine ahnung haben wovon ich rede das ist kein problem das ist nur ein beispiel sie könnten aber auch kurz pause drücken und einmal milgrim experiment bei wikipedia eingeben dann haben sie zumindest eine grobe idee worum es geht also die idee des experimentes war dass ich die bereitschaft messe wie stark menschen bereit sind probanden bereit sind eigentlich gegen ihr eigenes gewissen anweisungen folge zu leisten auf die gefahr hin dass diese anweisungen zum schaden tritter sind oder gar zum tod tritter führen das war so das drastische framing von dem experiment der hauptbefund den milgrim sozusagen als sein hauptwerk herausgestellt hat war zu sagen der hauptbefund war etwa 65 prozent aller probanden machen mit bis zum ende des experiments und wählen die höchste stromstärke wenn man sie nur wenn man ihnen sozusagen diesen befehl stetig wieder gibt dass sie mitmachen müssen das experiment erfordert dass sie diese stromschläge geben dann machen 65 prozent mit und 35 prozent kann man aber auch sagen weigern sich an irgendeinem punkt und brechen das experiment ab hier ein screenshot von einem der probanden wenn sie auf youtube mal nachschauen das video ist ganz eindrücklich was hat das jetzt alles mit zufallsvariaten zu tun und wahrscheinlichkeitsverteilung die wichtige grundidee hierbei ist dass wir jetzt sagen können ein einzelner durchgang in einem in diesem milgram experiment ist eigentlich nichts anderes als ein so genannter bernoulli versuch ist ein neues wort was ich hier einführe was ist ein bernoulli versuch wir denken uns ja jede person im milgram experiment jede versuchsperson als den durchgang eines zufallsexperiments ich kann also wiederum sagen ich habe eine zufallsvariable ausgang des experiments oder wie verhält sich der proband gleich oder so und der ausgang also das was ich dann für wirklich die ausprägung xi sozusagen dies eigentlich binär oder wir sagen manchmal auch dichotom also wirklich zwei geteilt entweder können das mal in so einer statistischen sprache als success bezeichnen die person weigert sich den höchsten schock zu verabreichen oder auch failure die person verabreicht den schock das klingt jetzt hier so ein bisschen moralisch aufgeladen dass ich sage success ist wenn die person sich weigert und und sozusagen heroisch gegen zivil courage zeigt das meine ich damit jetzt eigentlich hier nicht und das meinen wir damit nicht das ist total ihnen überlassen wie sie in so einem experiment ist definieren ob sie sagen der success ist der eine ausgang und die failure der andere in dem fall machen wir es mal so wir nennen success das ist quasi der statistische begriff des sich weigern was wissen wir darüber jetzt über diese über diese zufallsvariable wie verhält sich der proband wir wissen 35 prozent aller teilnehmer haben sich geweigert das ist sozusagen eine art ich sag es mal ein parameter etwas von dem wir glauben dass es in der population einfach gilt wenn wir milkrims experimente damals für bare münze nehmen und sagen 35 prozent aller teilnehmer weigern sich also ist die achtung success wahrscheinlichkeit oder erfolgs wahrscheinlichkeit für diesen sogenannten bernoulli versuch für den einen nächsten proband der zur tür reinkommt 35 prozent okay und wenn so ein versuch eben nur zwei mögliche ergebnisse liefern kann dann nennen wir ihn eine bernoulli zufallsvariable und den versuch den wir mit dieser variabel durchführen ein bernoulli versuch man kann auch das steht hier so als randnotiz auch sagen wenn ich tatsächlich nur einen bernoulli versuch durchführen habe ich auch schon eine wahrscheinlichkeitsverteilung also eigentlich jetzt auch schon könnte ich sagen für den nächsten proband der zur tür reinkommt kann ich auch eine wahrscheinlichkeitsverteilung aufzeichnen das können sie selber vielleicht mal probieren wie würde denn die probability mass function eigentlich aussehen was steht denn da an den achsen wenn ich sage ich zeichne eine wahrscheinlichkeitsverteilung für den nächsten proband der zur tür reinkommt die zufallsvariable wie wird sich der proband verhalten bevor er überhaupt reinkommt bernoulli versuche allgemein sind sehr häufig weil wir oft variablen haben die zufallsvariablen die dann eigentlich jetzt nur zwei mögliche ausgänge also ergebnisse kennen wenn zum beispiel ein nagetier in einem sogenannten teammate sitzt und ich als versuchsleiter zuschaue und letztlich hier so entscheidungsverhalten von so einem tier studiere wird es nach links laufen in den arm a oder wird es nach rechts laufen in den arm b gibt es nur diese zwei möglichen ausgänge dann ist es eine bernoulli variable oder ein bernoulli versuch wenn ein kind geboren wird gehen wir üblicherweise von aus dass es sich eines von zwei geschlechtern hier verwirklicht hat sozusagen entweder oder mädchen wie sieht es mit einem würfel aus hatten wir gerade hier da steht er noch wie sieht es mit dem würfel aus ja streng genommen kein erst mal so wenn wir ihn für das nehmen was was wir meistens tun nämlich sagen wir haben sechs elementar ereignisse dann ist es natürlich kein bernoulli versuch denn es ist nicht dichotom oder nicht binär richtig sechs die zufallsvariable würfelwurf kann jetzt sechs verschiedene werte annehmen aber wenn ich sage ich definiere als success etwas gerades kommt zum beispiel und als failure etwas ungerades kommt und das alles ist was mich interessiert dann habe ich natürlich schon die möglichkeit auch einen bernoulli versuch mit einem würfel durchzuführen weil ich mich entschieden habe a priori dass mich nur zwei mögliche ausgänge interessieren ja dann habe ich hier vielleicht noch so ein beispiel ich kann natürlich eine aufgabe stellen eine matheaufgabe wurzel 16 durch wurzel 4 und das können sie jetzt lösen oder sie können es nicht lösen also auch dort ein bernoulli versuch wir hatten in unserer studierendenumfrage auch noch die zunge rollen können können sie die zunge rollen können sie sie nicht rollen zurück aber zur binomialverteilung die uns eigentlich jetzt hier gerade interessiert wie kommen wir jetzt von einer bernoulli variable haben wir gesagt der nächste proband der jetzt gleich reinkommt der kann sich weigern oder nicht kann sich also so oder so verhalten es damit einen stellt einen bernoulli versuch dar aber was ist wenn wir zum beispiel vier probanden beobachten was ist die wahrscheinlichkeit dass genau einer von denen es ablehnen wird die schocks zu verabreichen es kommt jetzt ein bisschen hoppla hopp aber das in der was hier als zweiter bullet point steht das ist die frage die wir mit einer binomialverteilung oder solche art von fragen sind jene die wir mit einer binomialverteilung gleich beantworten die binomialverteilung die müssen wir uns dann gleich eben noch ein bisschen genauer anschauen stellen wir uns mal vor wir hätten in so einer art milkroom experiment vier probandinnen und probanden wir hätten da anton britta caro und daniel die ersten buchstaben die namen sind natürlich rein zufällig gewählt und haben nichts mit dem alphabet zu tun jetzt hatte ich ja gefragt was ist die wahrscheinlichkeit dass genau einer sich weigert und das ist natürlich ein wahrscheinlichkeitsspiel das muss ich mir jetzt irgendwie herbeideichsel und sie würden jetzt wahrscheinlich wenn ich sie das einfach so frage sie ein blatt papier nehmen und sie das mal aufschreiben und genau das können wir hier auch mal machen wir noch mal wir halten fest sie hier zeigen das dann in rot die erfolgswahrscheinlichkeit oder das was wir als erfolg definiert haben wäre ja einer unserer probanden weigert sich dann könnte im ersten szenario das ja so sein jetzt kommen gleich alle vier das will ich eigentlich gar nicht schauen sie erstmal nur auf die erste zeile das erste szenario könnte sein der anton hier mit a bezeichnet der weigert sich ja der macht das nicht mit der zeigt zivilcourage und die anderen drei weigern sich dann nicht warum ist das so weil ich eben mir gerade überlegen will in welchen szenarien tritt genau dieser fall ein dass einer sich weigert das kann dann so sein dass der erste sich weigert dann dürfen sich aber die anderen schon nicht mehr weigern sonst wäre es nicht das szenario was mich interessiert ein zweites szenario ist natürlich dass die dritter die person b sich weigert ein drittes szenario ist das dritte sich weigert dass die vierte sich weigert schauen sie mal was da hinten am ende jeder zeile steht am ende jeder zeile steht auch eine wahrscheinlichkeit und da greifen wir jetzt zurück auf die multiplikationsregel aus dem letzten video wo wir gesagt haben das war die wichtigste wir würden fast sagen die wichtigste rechenregel für statistische ereignisse wenn die wirklich unabhängig sind dann hatten wir gesagt da hatte ich glaube ich so eine bewegung gemacht dann können wir die auftretenswahrscheinlichkeit jeder dieser ereignisse multiplizieren wir haben jetzt hier den interessanten fall dass also die auftretenswahrscheinlichkeit wir haben zwei verschiedene auftretenswahrscheinlichkeiten wir haben dieses szenario ja jemand weigert sich das hat eine wahrscheinlichkeit von 35 prozent oder punkt 35 und sich nicht zu weigern sondern die elektroschocks bis zum schluss zu geben hat nach mir eine wahrscheinlichkeit von punkt 65 wenn ich also punkt 35 einmal mit punkt 65 dreimal ich könnte auch sagen hoch 3 richtig also das da hinten kann ich auch schreiben als punkt 65 mal punkt 65 mal punkt 65 kann ich auch schreiben punkt 65 hoch 3 das multipliziere kommt etwa 10 prozent raus 0,0961 also 9,61 prozent und wir sehen jetzt hier das kann also auf verschiedene arten zustande kommen hier also die multiplikationsregel im einsatz und jetzt müssen wir noch sagen uns interessiert ja die wahrscheinlichkeit dass genau einer sich weigert und um das zu tun müssten wir jetzt noch die um diese wahrscheinlichkeit wirklich zu ermitteln greifen wir jetzt eigentlich schon auf das axiom aus der wahrscheinlichkeitsrechnung das dritte axiom zurück weil wir sagen diese aussage dass genau einer sich weigert diese wahrscheinlichkeit entspricht der summe all dieser disjunkten wahrscheinlichkeiten hier diese szenarios sind ja disjunkt also entweder das eine tritt ein oder das andere oder nochmal eins oder das vierte ja quasi so bei vier probanden dann habe ich quasi hier zu summieren diese 9,6 prozent aus jedem dieser ereignisse die wahrscheinlichkeit jedes dieser ereignisse wenn ich dies alles summiere das sind disjunkte ereignisse dann komme ich auf eine sozusagen eine wahrscheinlichkeit eine summierte wahrscheinlichkeit von etwa 40 prozent okay das war alles die wahrscheinlichkeit für die frage dass einer von vier probanden sich weigert wir haben hier die vier szenarios auf die arten das zustande kommt das war jetzt schon ziemlich wortreich und ziemlich aufwendig aber glaube ich ist nachzuvollziehen was aber wenn es letztlich vor allem mehr probanden sind oder uns auch nicht die tatsache interessiert dass einer sich weigert sondern was wenn ich natürlich jetzt im beispiel relativ arbiträr aber was wenn ich sage ich hatte neun probanden und probanden und mich interessiert was ist die wahrscheinlichkeit dass genau zwei sich weigern ich sollte an der stelle vielleicht kurz mal zurücktreten und sagen warum machen wir das alles wir machen das weil wir natürlich später als wissenschaftlerinnen und wissenschaftler oft empirische ergebnisse ermittelt haben also stellen sie sich vor dies ist ihre bachelor arbeit sie hatten neun probanden und genau zwei zeigen das was sie als erfolg sehr arbiträr als erfolg definiert haben dann ist das ihr ergebnis und dann fragen sie natürlich wie wahrscheinlich war es dass dieses ergebnis eintritt wenn eine etwas in der population gilt ein parameter wahr ist wie zum beispiel in diesem fall gerade ist unser parameter diese 35 prozent weigerungs wahrscheinlichkeit also können wir dann schon fragen dann kann das für sie sehr schnell zu einem sehr praktischen problem werden was ist die wahrscheinlichkeit dass bei neuen probanden genau zwei sich weigern wenn man das dann mal aufschreibt mit diesem hier also r für refusal to shock und s für shock dann gibt es da sozusagen sehr viele möglichkeiten und das ist nur ein kleiner auszug der liste aller möglichkeiten wie sich sozusagen das ergibt wenn sie jetzt wundern wo kommt das her wie kann ich mir das wie kann ich mir das definieren welche möglichkeiten es gibt dann muss man hier sagen das ist natürlich ein fall der kombinatorik hier brauchen wir jetzt die kombinatorik die im extra kombinatorik und permutations video beziehungsweise natürlich auch in allen lehrbüchern ausführlichst behandelt wird wir brauchen aber eben für unsere zwecke nur einen kleinen auszug und den leihen wir uns jetzt hier auch gleich aus und zwar das was wir brauchen aus der kombinatorik um schnell zu ermitteln halt mal auf wie viel möglichkeiten können denn zwei erfolge bei neuen probanden auftreten dazu benutzen wir den sogenannten binomial koeffizient kennen viele von ihnen vielleicht noch aus der schulmathematik oder werden jetzt oder wurden im kombinatorik video daran erinnert der binomial koeffizient hat sozusagen die eigene schreibweise dass man ihn mit diesem geklammerten begriff hier schreibt sieht bisschen aus wie ein vektor ist aber nicht wirklich einer und ich schreibe dort n über k so spreche ich ihn im deutschen auch und viele programme wie metlab oder r wahrscheinlich auch excel haben den eigentlich eingebaut dort heißt er oft choose oder n choose k weil das die englische sprechweise ist für dieses n über k sagt man n choose k und der binomial koeffizient ist sozusagen die schnelle art wie ich mir ausrechnen kann wenn ich zum beispiel drei münzwürfe habe also ich werde jetzt gleich dreimal eine münze werfen das ist also mein n es wird drei versuche geben und ich habe jetzt zweimal zahl beobachtet sozusagen dann kann ich fragen wie wahrscheinlich war denn das auf wieviel arten und um das diese wahrscheinlichkeit gleich zu ermitteln brauche ich erstmal die anzahl auf wieviel arten es zustande kommen kann und schreibe dazu n fakultät geteilt durch 2 fakultät mal 1 fakultät in dem fall also n minus k fakultät das sehen sie hier in dem kleinen beispiel und da kommt dann zum beispiel weil es jetzt 3 über 2 war einfach 3 raus die berühmte combinatorial explosion ist aber natürlich dass das extrem nach oben geht die anzahl der möglichen kombinationen sind es hier eigentlich wenn ich zum beispiel 5 eissorten habe und frage auf wieviel arten da zwei kugeln im becher landen können komme ich auf 10 wenn ich der klassischste fall am lotto am klassischen lotto teilnehme dann kann ich fragen dass genau diese 6 kugeln gezogen werden aus 49 auf wieviel verschiedene arten also wieviel verschiedene lösungen können da zustande kommen dann komme ich schon auf fast 14 millionen ja und das ist natürlich ein ganz schöner anstieg wenn man sich das anguckt von 3 über 2 5 über 2 zu 49 über 6 sind wir auf einmal bei 13 millionen möglichkeiten das gute ist mit all diesen möglichkeiten haben wir eigentlich wenig zu tun aber sie gehen eben gleich ein in die wahrscheinlichkeit wenn sie nochmal zurückschauen bei unserem beispiel gerade mit vier probanden dann haben wir ja auf die verschiedenen arten auf die ein ergebnis zustande kam haben wir die sozusagen aufsummiert mit etwas was man auch mit dem binomial koeffizient hätte darstellen können wir haben jetzt auf der nächsten formel das mal alles hier zusammengefasst da sehen wir den binomial koeffizient auch nochmal die binomial verteilung die bündelt das für uns die binomial verteilung antwortet uns auf die frage wie wahrscheinlich ist es da gehe ich vielleicht auch doch mal kurz rein hier mit meinem stift dass sie das sehen also die wahrscheinlichkeit was ist die wie wahrscheinlich ist es p dass wir k erfolge in n durchgängen beobachten können ja und wenn ich das wissen möchte also wir hatten ja vorher zum beispiel einer weigert sich von 4 und dann hatten wir noch auf einem anderen slide dann 2 weigern sich von 9 ja dann ist die formel dazu ziemlich genau das was sie vorhin in diesen szenarios geschrieben gesehen haben die erfolge so oft wie die erfolge kommen multipliziere ich die erfolgs wahrscheinlichkeit zwar am anfang also nur einmal also das wäre punkt 3 5 hoch 1 gewesen und dann habe ich die misserfolgs wahrscheinlichkeit die weil Bernoulli versuch disjunkte ereignisse natürlich 1 minus die erfolgs wahrscheinlichkeit ist also das war punkt 6 5 hoch der anzahl misserfolge letztlich also n minus k das war im ersten szenario hoch 3 und dann muss ich hier noch fragen auf wie viele verschiedene arten kann das zustande kommen das ergibt mir das sagt mir der binomial koeffizient und den benutze ich hier quasi noch vorne dran das heißt auch das ist ja genau also binomial koeffizient n über k das heißt ich muss also um so eine wahrscheinlichkeit ausrechnen zu können offensichtlich irgendwas annehmen für p und wir werden gleich sehen das ist üblicherweise was mit dem wir schon starten bei der binomialverteilung das ist etwas von dem wir vorher ausgehen müssen und n muss klar sein und dann können wir fragen wie wahrscheinlich ist es denn bei n versuchen und einer wahrscheinlichkeit von p k erfolge zu beobachten ja wenn wir jetzt zusammen im hörsaal wären würde ich an der stelle das mit ihnen auch noch mal ein bisschen intuitiver durchspielen wird sagen 2012 ermittelte eine große umfrage dass achtung information über die welt ein parameter kommt jetzt dass 26,2 aller prozent aller us amerikaner adipös also stark übergewichtig sind wenn wir jetzt zehn amerikaner wahllos herausgreifen und amerikanerinnen was ist die wahrscheinlichkeit dass genau acht dieser zehn adipös sind an der stelle können sie auch gerne kurz pause drücken tief durchatmen aufstehen eine runde durch den raum laufen und dann noch mal ein bisschen zwei drei vier fünf minuten zurück klicken und sich ganz genau fragen was diese frage jetzt mit unseren anderen milgram fragen zum beispiel zu tun hat und dann erstmal rein aus der intuition heraus antworten ist die wahrscheinlichkeit jetzt ziemlich hoch dass genau acht von zehn adipös sind oder ist die eher ziemlich niedrig also was sagen sie wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen dass sie mir zustimmen dass die wahrscheinlichkeit eigentlich nicht so hoch sein kann weil diese grundinformation ist ja 26 prozent also sagen wir jeder vierte amerikaner ein viertel aller amerikaner sollten eigentlich adipös sind wenn ich dann zehn raus greife würde ich also was erwarten dass etwa vielleicht vier von denen adipös sind äh nee nicht mal zweieinhalb Entschuldigung eher zweieinhalb von denen etwa adipös sind also zwei oder drei aber nicht acht ja also für acht würden wir eigentlich eine geringe Wahrscheinlichkeit erwarten und dann sehen wir jetzt hier auch noch mal zusammenfassend was wir schon zusammen erarbeitet haben die genaue Formel und können uns fragen welche ist denn hier jetzt die genau richtige Formel um das auszurechnen was haben wir da oben da fehlt irgendwie der Binomialkoeffizient in a das kann es eigentlich irgendwie nicht sein das kann es irgendwie nicht sein was ist hier los da wäre quasi der Binomialkoeffizient geht ja n über k das wäre dann aber hier 8 nee das macht also das ist doch eigentlich eigentlich muss ich mir doch das erstmal hier oben hinschreiben ich muss sagen das ist eigentlich die Information die mir gegeben wird das ist der Parameter und dann wird mir gegeben genau 8 dann müsste das das k sein und genau von 10 das müsste das n sein ja wenn ich das anwende und mich daran erinnere was wir auf den letzten Slides an ähm als Formel für eine Binomialverteilte Wahrscheinlichkeit ermittelt haben dann müsste es so sein dass wir sagen n über k 10 8 und dann müsste das eigentlich es läuft alles ziemlich genau hier auf c raus als die richtige Antwort kann man hier auch nochmal gleich hinschreiben denn wir haben hier n über k haben dann hier die Erfolgswahrscheinlichkeit hoch k und das ganze mal der Misserfolgswahrscheinlichkeit die nennt man manchmal auch q hoch n minus k ja genau das äh der Stand der Dinge wir könnten also hier sagen 8 Erfolge in 10 Durchgängen entspricht im Übrigen das kann ich dann hier auch mal ausrechnen einer ziemlich kleinen Wahrscheinlichkeit wenn ich all diese Werte einsetze und das können Sie gerne mit dem Taschenrechner mal durchführen sollte eine Wahrscheinlichkeit von weit unter einem Prozent resultieren 0,00054 ja was war jetzt das Konstruktionsprinzip einer Binomialverteilung und was haben wir bisher gemacht wir haben bisher für eine Wahrscheinlichkeitsverteilung die auch nur endlich viel verschiedene Ausgänge hat ähm quasi eine spezifische Lösung ausgerechnet wir haben gesagt in einer Welt in der sich ein Phänomen ähm mit etwa 26 Prozent Wahrscheinlichkeit also Punkt 2,6 manifestieren wird hat es sich aber bei 10 Durchgängen das ist uns sozusagen gegeben achtmal manifestiert wir können uns das also vorstellen ähm vielleicht gehe ich da doch mal rein ich weiß nicht ob das gleich noch kommt wir können uns das vorstellen wir könnten uns also jetzt hier für diesen Fall eine eigene ähm PMF eine Probability Mass Function für dieses Problem generieren dass wir sagen wir haben eine Wahrscheinlichkeit von Punkt 2,5 oder Punkt 2,2,6 sagen wir ruhig und wir haben 10 Versuche gemacht und wir fragen jetzt wie wahrscheinlich ist es dass wir da acht Erfolge haben ich kann also hier hinschreiben ähm K kann ich eigentlich hier abtragen hier unten und hier würde ich die Wahrscheinlichkeit abtragen dass x gleich k ist sozusagen und jetzt nur ich mach das kurz mit Ihnen hier einmal mit der Achse auf die Gefahr hin dass das in den Slides nicht mehr vorkommt damit wir uns klar machen warum ist das auch eine Probability Mass Function weil wir natürlich in unserer Beobachtung wenn wir jetzt 10 Amerikaner befragen eben nicht 7,5 oder 7,4 Amerikaner beobachten können sondern wir können natürlich nur diskret was könnte denn passieren was ist der kleinste Wert der vorkommen kann also einer natürlich aber was ist mit 0 klar es könnte auch 0 vorkommen 1 dann könnten wir natürlich 2 übergewichtige Amerikaner in unserer Stichprobe und so bis wie viel was ist der höchste Wert der hier irgendwie Sinn macht eigentlich die 10 richtig weil dann wäre es 10 von 10 in unserer Stichprobe die adipös werden und jetzt kann ich mir eben hier auch ebenfalls wie ein Stabdiagramm das vorstellen und jetzt müssten Sie sich einfach mal überlegen wie Sie sich das vorstellen wir hatten für 8 gerade schon ausgerechnet da ist es sehr 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 klein quasi 0 diese Wahrscheinlichkeit ich mach mal hier irgendwo eine Wahrscheinlichkeit von 50% ich weiß schon ich kann Ihnen schon sagen dass es nicht so hoch gehen wird wir hatten gesagt was würden Sie denn erwarten wenn wir sagen jeder vierte Amerikaner ist etwa übergewichtig und Sie haben 10 gemessen dann würden Sie doch am meisten erwarten wenn ich Sie jetzt losschicke an den Flughafen Sie sollen mal 10 Amerikaner auf Adiposität überprüfen dann würden Sie doch wahrscheinlich erwarten vielleicht dann also 3 zu beobachten vielleicht 2 8 offensichtlich haben wir jetzt schon ausgerechnet das ist ziemlich unwahrscheinlich 10 wahrscheinlich noch unwahrscheinlicher auch wenn es kaum noch geht sollte man meinen 9 wahrscheinlich auch nicht und vielleicht ist dann also irgendwie 2 ziemlich wahrscheinlich und 3 ist vielleicht auch vielleicht sogar noch ein bisschen wahrscheinlicher und 1 das heißt wir könnten uns eigentlich vorstellen dass die Probability-Mass-Function für dieses Problem völlig jetzt erfunden irgendwie so aussieht ja das wäre unsere erste Binomialverteilung die wir uns dann sozusagen konstruiert hätten ähm genau das hatten wir jetzt gerade hier hingeschrieben das sehen Sie dann in den Slides nochmal da habe ich jetzt einfach frech drüber gemalt die Wahrscheinlichkeit die wir hier also abtragen auf die y-Achse ist die Häufigkeit mit der eine Ereignis a ähm bei n unabhängigen Versuchen eintreten wird und so haben wir uns dann oft im ähm ähm Classroom wenn wir das gemacht haben hier äh zusammen mit der Variable Zungen rollen können die eben auch eine Bernoulli-Variable ist genau sowas äh konstruiert wir hatten dann oft gesagt was wie können wir jetzt aus dem Zungen rollen das machen wir müssten natürlich vorher erst mal festlegen ähm ähm wie oft wollen wir nachschauen also kurz gesagt wie groß soll unsere Stichprobe sein zum Beispiel könnten wir sagen fünf Studierende und was ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit in der Bevölkerung die Zunge rollen zu können das ist also offensichtlich bei einer Binomialverteilung binomialverteilung ein Parameter ich sag's gerne nochmal den ich vorher schon brauche wir können auch sagen diese beiden Angaben das sind sogenannte Parameter der binomialverteilung es gibt also da das Parameter der binomialverteilung sind offensichtlich nicht eine binomialverteilung sondern sehr viele ich kann also sagen ein Merkmal x ist ungefähr vielleicht binomialverteilung b genannt mit n und p ok und dafür muss ich mich sozusagen vorher festlegen welches n und welches p mich interessiert und dann müssen wir natürlich einfach mal Daten erheben und müssen schauen wie viele Erfolge k bekommen wir denn so wir könnten hier in dem Fall mal sagen wir testen fünf Studierende und wir sagen mal so frei nach paar Lehrbüchern und Wikipedia die Wahrscheinlichkeit die Zunge rollen zu können betrage knapp 80% 77% also etwa jeder siebte sollte die sieben von zehn entschuldigung sieben von zehn sollten die Zunge rollen können oder acht von zehn so muss es sein und dies variieren wir nun und k wären eben die Ausprägung unserer Zufallsvariate wir wollen also abtragen die Wahrscheinlichkeiten dass x null ist dass x eins ist dass x zwei ist dass x drei ist dass x vier ist dass x fünf von fünf ist ja und wenn wir das dann für dieses Zunge rollen zum Beispiel machen dann können wir das da in die Formel einsetzen bekommen dann wiederum eine Verteilung die wir uns hier also sozusagen aus PMF auch abtragen können das könnten sie selber auch nochmal tun wenn sie vor dem inneren Auge das machen wäre sozusagen für x gleich null das ist in dem Fall ein sehr sehr niedriger Stab für eins ein bisschen ein höherer ein Prozent für x gleich zwei wären es schon sieben Prozent x gleich drei vierundzwanzig Prozent x gleich vier wäre der höchste nämlich mit 40 Prozent etwa und dann geht es wieder ein bisschen runter bei fünf ja vor ihrem inneren Auge kann jetzt da also so eine Probability-Mass-Function für dieses binomialverteilte Merkmal entstehen ja und hier sehen wir es jetzt auch vor uns gedruckt eine Wahrscheinlichkeits-Funkt für eine binomial 5,077 Verteilung also das nochmal das hier ist quasi der Parameter n und das ist der Parameter p ja steht hier auch nochmal über dem Graph jetzt ist noch die Frage können wir hierfür eigentlich auch so eine Art Erwartungswert ausrechnen also erstmal sehen wir hier dran nochmal es können sich nur bestimmte Werte nur diskrete Werte verwirklichen das ist haben wir jetzt glaube ich schon ausreichend besprochen aber wir können mit dieser Verteilung noch ein paar andere Sachen machen zum einen können wir noch fragen das müssen wir gleich noch machen können wir so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zufallsvariable auch mit einem Erwartungswert versehen wir haben das vorher bei der Gleichverteilung schon gemacht es müsste doch hier eigentlich nach dem gleichen Prinzip im Prinzip auch funktionieren bevor wir das machen wollen wir aber erst noch sagen was haben wir denn bei Häufigkeitsverteilungen gemacht da haben wir immer so ein zum Beispiel Histogramme abgetragen mit der relativen Häufigkeit auf der x-Achse und dann hatten wir doch noch diesen zusätzlichen Schritt gemacht zu sagen wir schauen uns ein ähm kumuliertes ähm eine kumulierte Verteilung noch an und das können wir natürlich hier auch machen wir können auch sagen und das wird uns sehr sehr oft wesentlich mehr interessieren dass wir sagen äh wir tragen nicht eigentlich die Wahrscheinlichkeit ab sondern sehen sie das hier wir tragen ab die Wahrscheinlichkeit dass die Zufallsvariable ähm wie heißt es jetzt hier mal das K das ist eigentlich ein bisschen irre und ich nenne sie auch mal lieber x dass die kleiner oder gleich einen bestimmten ähm Wert ist das heißt was ich hier eigentlich mache ist jetzt ich gehe wiederum wie bei einer kumulierten Häufigkeitsverteilung durch diese Wahrscheinlichkeitsverteilung durch und kumuliere all diese Werte auf von hier kommen sozusagen ja dann ist eine wiederum eine kumulierte Häufigkeitsverteilung natürlich hier 0 und hier oben muss sie 1 sein wenn ich sozusagen bei dem größten k angekommen bin was es bei n versuchen eben geben kann dann ist nämlich k gleich n ähm muss ich bei 1 rauskommen und das interessante ist dann mal wieder dazwischen wie äh sozusagen steigt die kumulierte ähm Funktion an ich kann jetzt hier sehr einfach ablesen wie wahrscheinlich ist es eigentlich äh 3 oder weniger Leute in meiner Stichprobe zu haben die die Zunge rollen zu können und natürlich hilft mir das dann beim Bestimmen von Extremereignissen ja ich ging eigentlich davon aus dass dieses Merkmal Zunge rollen können ziemlich wahrscheinlich ist dass eigentlich die meisten Leute das können jetzt habe ich eine Stichprobe durchgeführt zum Beispiel mit 5 Leuten in diesem Fall und davon konnte jetzt ähm davon konnten jetzt zum Beispiel nur einer Zunge rollen dann wäre eine typische Frage die wir dann in der Inferenzstatistik die ganze Zeit stellen ähm wie extrem ist das eigentlich was wir da gerade beobachtet haben also anders gesagt wie unwahrscheinlich ist das eigentlich nicht und das können wir hier schön ablesen indem wir sagen na also eigentlich eine Person von 5 zu haben die äh nur die Zunge rollen kann oder noch weniger Leute zu haben die die Zunge rollen können hat eine kumulierte sehr geringe Wahrscheinlichkeit von etwa vielleicht 2% oder was man hier sieht dieser Punkt den ich hier ablese ja also wiederum kumulierte Wahrscheinlichkeitsverteilungen in dem Fall nennt man eben auch Cumulative 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 das ist ein komisches Wort auf Englisch Cumulative Distributionsfunktion oder Verteilungsfunktion CDF geht mir sehr gut von Lippen Cumulative Cumulative sage ich meistens genau Cumulative Distribution Functions das werden wir uns ähm also in der Praxis sehr oft anschauen das wird so weit gehen dass sie in den Tabellen die sie äh auch in Moodle vorliegen haben und die ihnen auch in der Klausur zur Verfügung stellen wo diese Wahrscheinlichkeiten für solche Kombinationen von N und P's und K Erfolgen abgetragen sind dass diese Wahrscheinlichkeiten dort meistens kumulierte Wahrscheinlichkeiten sind in der Praxis ist es nämlich so dass es uns eigentlich viel mehr interessiert ähm wie extrem war so ein Ereignis wie wahrscheinlich ist es dies oder etwas Extremeres zu beobachten das können wir sehr schön kumulierten Wahrscheinlichkeiten beziffern und diese Punktwahrscheinlichkeiten also wir hatten heute wie wahrscheinlich ist es dass einer sich weigert wie wahrscheinlich ist es dass genau 8 von 10 übergewichtig sind oder hier wie wahrscheinlich ist es dass genau 2 die Zunge rollen können das ist eigentlich nicht so interessant sondern die kumulierte Wahrscheinlichkeit ist in der Regel viel ähm interessanter wenn ich die Binomialverteilung anwenden will dann kann ich das also sozusagen hier auch machen das machen wir jetzt nicht das wäre etwas für den äh für den Classroom gewesen aber wir können noch ähm abschließend zur Binomialverteilung fragen a priori aller Datenerhebung das ist sozusagen bis jetzt nur was rein ein theoretisches ähm ich plane sozusagen gerade meinen Versuch dann kann ich fragen gegeben eine Wahrscheinlichkeit gegeben ein n was würde ich denn erwarten was ist der Erwartungswert meiner Binomialverteilten Zufallsvariable und wenn ich das an diesem Beispiel mit den übergewichtigen Amerikanern und dieser Umfrage nochmal mache kann ich also fragen wie viel Adipöse würden wir erwarten wenn wir eine Stichprobe von n gleich 100 US-Amerikaner ziehen ich sollte einmal vielleicht dazu sagen dass das Beispiel äh ich es geklaut habe von einer US-amerikanischen Kollegin wollte ich sagen aber das ist hier kein billiger Anti-Amerikanismus das Gegenteil ähm also nichts lägen wir ferner also wie viel Adipöse Amerikaner bekommen wir wenn wir würden wir erwarten wenn wir 100 ziehen ja intuitiv haben sie das wahrscheinlich schon für sich gerade wieder selber richtig formuliert naja wahrscheinlich so etwa auf 26 würde ich dann erwarten was haben sie da eigentlich im Kopf ausgerechnet sie haben gesagt sie nehmen das n diese 100 und eigentlich entspricht es einfach der Multiplikation mit dieser Wahrscheinlichkeit und äh viel komplizierter ist es auch nicht ähm jetzt ist es natürlich so ähm dass sie hier eigentlich schon das kann ich nicht ich kann es hier auch schon mal hinschreiben wir sehen es auf dem nächsten Slide dann das ist sozusagen der Erwartungswert unserer Zufallsvariable Groß X ist in dem Fall also n mal ähm p jetzt können sie hier noch wichtig einwenden dass sie sagen 26,2 Amerikaner kann ich ja nie beobachten das ist richtig und da lernen wir etwas sehr wichtiges nämlich dass der Erwartungswert einer Zufallsvariable nicht unbedingt ein Wert sein muss denn diese Zufallsvariable jemals in einem Versuch überhaupt tatsächlich ähm annehmen kann aber so ist er mathematisch definiert der Erwartungswert einer binomialverteilten Zufallsvariable äh ist ähm können wir als µ bezeichnen oder auch als E äh von Groß X den können wir einfach ausrechnen also n mal p okay ähm wie wir an dem Graph gerade schon gesehen haben wenn wir dann nochmal zurückspringen an diesem Graph da ist Streuung drin in dieser Wahrscheinlichkeit Entschuldigung das ist die kumulierte in dieser Verteilung ähm wir können übrigens hier auch schauen wenn sie sozusagen 5 mal sagen wir mal 3 Viertel mal Punkt 7 7 nehmen was ist das etwa es müsste etwas irgendwas um 4 sein und entsprechend sollte sich dort also auch sozusagen der Peak dieser Verteilung andeuten das passiert hier also sie können auch hier sozusagen sagen n mal p wäre der Erwartungswert ähm also 5 mal 0,77 sollte irgendwas rund um 4 sein bisschen über 4 wahrscheinlich ähm und jetzt können sie aber hier auch genauso fragen was ist eigentlich die Varianz wir wollen doch solche Merkmale auch mit ihrer Streuung beschreiben und natürlich auch Zufallsvariablen können äh a priori aller Datenerhebung eine Varianz zugeschrieben bekommen die Varianz einer Binomialverteilung das tut mir leid für das gespringen da springe ich wieder auf diesen Slide ähm das leiten wir jetzt nicht äh groß her das könnte man auch mal tun aber dafür haben wir jetzt heute hier nicht die Zeit zu sagen die Varianz einer Binomialverteilung Zufallsvariable die bezeichnen wir dann auch mit Sigma Quadrat die berechnet sich als n mal p mal der Gegenwahrscheinlichkeit also n war ja die Anzahl Versuche die wir machen wollen p die Erfolgswahrscheinlichkeit und dann 1 minus p manchmal auch als q bezeichnet die Gegenwahrscheinlichkeit also 1 minus die Erfolgswahrscheinlichkeit ähm in diesem Fall ähm mit unseren ähm adipösen US-Amerikanern ergäbe sich hier eine Varianz von etwa 4 das heißt wir könnten ein sozusagen ein Antwortsatz oder ein Hypothesensatz fast möchte ich sagen formulieren wir würden für eine beliebige Stichprobe von 100 Amerikanern ähm wenn diese Wahrscheinlichkeit auf Populationsebene so stimmt dass eben 26% etwa adipös sind würden wir erwarten dass wir ähm als Erwartungswert 26,2 adipöse plus minus wenn wir jetzt hier eine Standardabweichung berichten wollen von plus minus 4 adipöse ähm ähm erwarten ja das wäre quasi hier ein Beispiel das Video ist jetzt schon relativ lang geworden weil das auch was relativ komplexes natürlich ist wir haben uns jetzt schon in den letzten 45 Minuten durch den Würfelwurf die Gleichverteilung hin bewegt dass wir gesagt haben äh wir können uns auch die Verteilung ähm ähm einer eines relativ komplexen Szenarios schon anschauen bei n Versuchen k Erfolge in so einem Bernoulli Versuch zu haben das können wir jetzt quasi aber ausrechnen wir kennen dafür jetzt eine Formel für die Binomialverteilung wir wissen was uns dann in so einer in so einer Wahrscheinlichkeitsverteilung die dann eine diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung ist erwartet wir wissen wie wir dort einen Erwartungswert ausrechnen können wie wir eine Varianz ausrechnen können etwas ganz Interessantes möchte ich Ihnen aber nicht vorenthalten was passiert denn mit so einer Binomialverteilung wenn wir jetzt zum Beispiel sagen wir vergrößern dieses n wir schauen nicht fünfmal hin zehnmal hin sondern wie hier jetzt in diesen Graphen gezeigt ähm wir schauen vielleicht dreißigmal hin wir schauen vielleicht hundertmal hin wir schauen vielleicht dreihundertmal hin der ähm Erwartungswert der sollte sich ja eigentlich ähm per se äh ne der verändert sich natürlich schon weil da natürlich das n hier mit eingeht das ist ja n mal p aber was ich gleich lasse Entschuldigung ist dieses p ja also die Wahrscheinlichkeit die Erfolgswahrscheinlichkeit die lasse ich hier auf zehn Prozent dann sieht es bei zehn Versuchen so aus wie wir es jetzt vorhin auch schon ein paar mal so gesehen haben so ein typisches ähm Stabdiagramm was dann ähm etwa also hier etwa rund um eins etwa pieken müsste wenn der Erwartungswert bei zehn Versuchen müsste ja etwa eins sein ähm bei dreißig wäre es dann aber quasi zehn Prozent von dreißig also irgendwo so rund um drei bei hundert wäre es quasi zehn Prozent von hundert da müsste es also etwa hier bei zehn pieken und sehen sie jetzt wie sich hier hinten weil wir jetzt so viele Versuche machen sowas symmetrisches langsam ergibt und wenn wir dann irgendwie dreihundert Versuche machen dann ergibt sich rund um den Erwartungswert der dann immer noch zehn Prozent von dreihundert ist also etwa dreißig ähm sehen sie wie sich da etwas doch sehr normalverteiltes gaussverteiltes ähm ergibt und das ist in der Tat wahr die Binomialverteilung strebt gegen sagen wir dann auch strebt gegen die Normalverteilung oder approximiert eine Normalverteilung wenn nur das n hinreichend groß ist dafür gibt es dann auch so ein paar äh Daumenregeln die hier unten nochmal gezeigt sind die müssen sie aber jetzt nicht unbedingt auswendig wissen sie sollten nur wissen ähm oder das nehme ich zurück mit dem auswendig wissen sie sollten schon ein Gefühl dafür bekommen ab wann so eine Binomialverteilung vielleicht sich eine Normalverteilung ernährt und ich doch das ist eigentlich schon schon wichtig dass man sich das mal einfach auch vielleicht überlegt oder das mal hier ausprobiert ähm wenn n mal p größer 10 ist ist das so eine so eine Daumenregel ähm daran sehen sie schon dass es auf zwei Arten zustande kommen kann entweder das n geht eben sehr stark hoch oder auch das p ist relativ groß und das p relativ groß ist haben sie früher eine Möglichkeit sowas Normalverteiltes zu bekommen als bei sehr kleinem p dann brauchen sie eben sehr viel n das wäre hier ein schönes Beispiel da brauchen wir hier schon irgendwie 100 200 ähm damit man das hier richtig schön sieht dass das Normalverteil wird wenn das p so klein ist also die Binomialverteilung kann sich in etwas Normalverteiltes aber dann eben hier immer noch diskret Normalverteiltes überführen das hier auf einen Blick nochmal die Zusammenfassung der Binomialverteilung beschrieben durch zwei Parameter p und n oft auch geschrieben als b oder manchmal auch b schreibe ich hier nochmal dazu das sieht man nämlich auch manchmal das sieht man auch b n Komma p Verteilung aber nochmal hier diese zwei Parameter sind eben wichtig und das würde man dann sprechen als das Merkmal ist approximativ binomial verteilt mit n gleich 10 rund um n gleich 10 und p gleich 3 Viertel zum Beispiel der Erwartungswert ist einfach n mal p und die Varianz n mal p mal 1 minus p so jetzt haben wir die Stunde quasi voll und wir wollen aber also noch nicht ganz und wir wollen jetzt eigentlich doch noch eine andere Verteilung kennenlernen die sehr sehr eng verwandt ist mit der Binomialverteilung und das ist die Poissonverteilung die Poissonverteilung nennen wir auch die Verteilung der seltenen Ereignisse warum heißt sie so offensichtlich wird es also darum gehen Ereignisse anzuschauen deren was ist denn selten die eine kleine Wahrscheinlichkeit haben letztlich richtig zum Beispiel ein Beispiel könnte sein zu sagen ich habe ein 1000 Kubikmeter Bassin also ein riesen Aquarium in dem 1000 Fische schwimmen manchmal interessiert mich aber vielleicht aus irgendwelchen schrägen Gründen die Wahrscheinlichkeit dass gerade der eine Quadratmeter äh der eine Kubikmeter da vorne so ein Würfel in diesem in diesem Aquarium gerade fischfrei ist dass da gerade kein Fisch ist was ist die Wahrscheinlichkeit da dafür Frau Zünder das war früher unsere Sekretärin am Institut für Psychologie ähm die als können sie sich vorstellen Prüfungsamt letztlich Sekretariat und Prüfungsamt die erhält jede Woche jeden Tag sehr sehr viele E-Mails von vielen Absendern viele verschiedene Menschen schreiben ihr ständig irgendwelche E-Mails ähm mir auch im Übrigen und ihnen falls sie noch E-Mail benutzen natürlich auch wie wahrscheinlich ist es dass in der nächsten Stunde 10 E-Mails eintreffen ja das wäre ein Problem was offensichtlich irgendwas gemeinsam hat mit diesem Fischproblem aber was ähm ähm ein Neuron äh also eine Nervzelle sitzt da im Gehirn und feuert so hin und wieder spontan vor sich hin also gibt Aktionspotenziale ab so nur wieder mal ja wie wahrscheinlich ist es dass dieses Neuron spontan 10 oder mehrmals feuert in der nächsten Sekunde wenn ich jetzt also eine Sekunde hinschaue was ist die Wahrscheinlichkeit dass ich 10 äh Spikes äh oder Aktionspotenziale sehe eine Bäckerei wird vom pro Tag von sagen wir 300 Kunden frequentiert Kundinnen die Verkäuferin die dort arbeitet fragt sich wie anstrengend wird wohl die nächste Stunde das heißt wie viele Kundinnen kommen denn in der nächsten Stunde was haben all diese Probleme die sie hier sehen gemeinsam es gäbe noch viele mehr Anzahl Unkrautsamen in einer gegebenen Menge Getreide Anzahl Isolationsfehler auf 10 Meter Kupferdraht Anzahl radioaktiver Zerfälle äh pro Stunde ja oder in einer Zeiteinheit die haben alle gemeinsam dass sie seltene Ereignisse beschreiben die zweitens völlig unabhängig voneinander auftreten können und oder man könnte fast sagen weil drittens viele Möglichkeiten bestehen dass sie ein oder auftreten also zum Beispiel denken sie an Frau Zünder die da an ihrem Computer sitzt warum ähm also zum einen kommt natürlich nicht jede Sekunde eine E-Mail insofern ist es schon zum Beispiel auf eine Stunde betrachtet wenn ich eine Zeiteinheit wie eine Stunde nehme dann doch wieder ein relativ seltenes Ereignis wann genau in diese Stunde mal eine E-Mail reinkommt aber das zweite also das erste Kriterium ist erfüllt das zweite unabhängig voneinander ja weil wenn ich Frau Zünder eine E-Mail schreibe und sie Frau Zünder eine E-Mail schreiben und dann noch irgendwie das ähm Prüfungsamt und noch irgendwie ein Professor aus Osnabrück eine E-Mail schreiben dann haben wir alle überhaupt nichts miteinander zu tun und das sind völlig unabhängig äh voneinander auftretende ähm Ereignisse und entsprechend deshalb eben dieser Link fast kausale Link zu drittens es gibt sehr viele Möglichkeiten ähm dass diese dass diese ähm dass dieses Ereignis E-Mail trifft ein ähm ähm auftritt ja das sind also Kennzeichnen wenn sie das hören kann es bei ihnen schon äh bisschen nach Poisson klingen was auch noch was hier jetzt nicht klipp und klar auf diesem Slide steht was aber eindeutig ist es sind Ereignisse die wir abzählen können merken sie das wie das hier alles Variablen sind wenn sie das durchgehen die man sozusagen nicht um vielleicht reichen nicht alle Finger aber auf jeden Fall sind es Zählereignisse man nennt es im Englischen auch Count Data ja wir haben hier äh ähnlich wie bei der Binomialverteilung im Übrigen die Möglichkeit äh diese Ereignisse abzuzählen ja und die Poisson-Verteilung ist ähm zurecht äh finde ich hier in dieser Vorlesung äh prominent vertreten weil sie wirklich eine äh auch eine äh eine ungemein elegante äh Wahrscheinlichkeitsverteilung darstellt Poisson-Verteilung hat nämlich nur einen Parameter das hört die Studierende der Studierende bestimmt gerne dass die nur einen Parameter und nicht zwei oder drei hat und diese Parameter den nennen wir Lambda griechisch Lambda das ist hier wie so eine so eine wie so eine Mütze mit ihrem nach links geneigten Hütchen das ist griechisch Lambda und dieser Parameter den könnte man äh so bezeichnen dass man sagt Lambda ist die erwartete Anzahl Ereignisse pro betrachteter Einheit wenn sie nochmal die Beispiele auf dem Slide vorher anschauen werden sie merken dass es sich bei Poisson-Prozessen sowohl um zeitliche Einheiten als auch um Raum Einheiten drehen kann aber in jedem dieser Beispiele werden sie einen dazu immer etwas finden wie in der nächsten Stunde oder in diesen Kubikmeter äh äh was hatten wir noch oder auf die 10 Meter Kupferdraht also wir haben immer eine Zeit eine Zeitspanne oder eine Raumspanne die gegeben wird und dann definiert Lambda die erwartete Anzahl Ereignisse für diese Einheit ähm ist also unheimlich schlicht eigentlich und äh entsprechend können wir auch definieren dass wir sagen eine Zufallsvariable X ist zum Beispiel Poisson verteilt oft PO geschrieben oder auch einfach das Wort Poisson ähm ähm auch benannt natürlich nach einem französischen Mathematiker hat erstmal nichts mit Fischen zu tun auch wenn das ein naheliegender Gag an der Stelle ist ähm Poisson verteilt mit Lambda und Lambda muss dann natürlich mit einem Wert versehen werden ja und das wollen wir uns jetzt noch kurz ein bisschen anschauen die Wahrscheinlichkeitsfunktion dazu die leiten wir hier in der Kürze der Zeit jetzt nicht her wie wir das bei der Binomialverteilung noch getan haben da haben wir das quasi from scratch aufgebaut mit diesen mit diesen Probanden die sich geweigert haben da waren es erstmal 4 und dann haben wir uns genau angeschaut wie sich das eigentlich wie sich die Formel sozusagen ergibt das tun wir jetzt hier nicht aber wir können mal kurz schauen was wir hier dran eigentlich kennen und was nicht also nochmal die Wahrscheinlichkeit ist dass die Zufallsvariable X genau den Wert K annimmt wie kommt sowas zustande das kann also sein wir sind jetzt da gesessen und haben Frau Zünder eine Stunde lang zugeschaut oder haben eine Stunde lang gezählt wie viel E-Mails sind denn eingetroffen und dann sind also entweder fünf eingetroffen oder acht oder drei oder sowas ja halbe E-Mails gibt es ja nicht sind zählter ich kann das abzählen das wäre sozusagen dieses K und die Wahrscheinlichkeit dass genau das eintritt gegeben Lambda kann ich dann ausrechnen als Lambda hoch K geteilt durch K Fakultät und dann gibt es hier hinten so einen Ausdruck das ist so eine E-Funktion eine Exponentialfunktion E hoch minus Lambda das sind alles Dinge die kann ich mit einem Taschenrechner bewältigen ein Taschenrechner kann Fakultät und ein Taschenrechner hat auch diesen äh diese Euler'sche Zahl dieses E hoch ja können sie sonst gerne mal auf ihrem Taschenrechner gucken wie das auch geht und es wird noch besser mit der Poisson-Verteilung der Erwartungswert einer Poisson-Verteilung lautet einfach Lambda wir erwarten also wenn wir davon ausgehen naja normalerweise treffen 10 E-Mails pro Stunde ein und jetzt gehen wir her und schauen eine Stunde Frau Zünder zu ja wie viele E-Mails sollten dann eingehen was erwarten wir unser Best Guess unser Lagemaß unsere Wahrscheinlichkeitsverteilung ist dann natürlich auch 10 ja also dieses Lambda und die Varianz ist ebenfalls Lambda das ist das also ungeheuer ästhetische und auch irgendwie faszinierende dass bei einer Poisson-Verteilten Variable der Erwartungswert genau gleich der Streuung oder der Varianz ist ja das ist schon einigermaßen abgefahren Sie werden sagen das ist ja jetzt doch alles ein bisschen künstlich und auch ein bisschen mathematisch sowas gibt es doch in der wirklichen Welt nicht da muss man sagen gibt es in der wirklichen Welt sehr sehr viel das berühmteste Beispiel ist auch das lustigste wenn man sagen wir mal nicht Kavallerist in der preußischen Armee ist im preußischen in der preußischen Kavallerie Entschuldigung diese Daten wurden von einem Wissenschaftler von Borkiewicz etwa vor 120 Jahren tatsächlich zusammengetragen und damals auch veröffentlicht unter den lustigen Namen das Gesetz der kleinen Zahlen Sie merken die Anspielung auf das Gesetz der großen Zahlen hier das Gesetz der kleinen Zahlen das ist natürlich die Anspielung auf die seltenen Ereignisse der das finden Sie quasi in jedem Statistikbuch reproduziert mittlerweile dieses Beispiel das sind aber hier die echten Daten dazu was wurde hier gemacht hier wurde gezählt in 10 Regimentern der preußischen Armee auf 20 Jahre gerechnet wir haben jetzt also wiederum so eine Zeit Raumeinheit definiert in dem Fall eher eine Zeiteinheit wenn man so will 10 Regimenter mal 20 Jahre wir könnten also sagen 200 Regimentjahre bisschen künstlich aber könnten wir mal sagen in diesen 200 Regimentjahren die wir beobachtet haben 20 Jahre in 10 Regimentern sind insgesamt 122 Soldaten durch Huftritt verstorben gegeben wieviel Soldaten in diesen 10 Regimentern 20 Jahren gedient haben ist das ein seltenes Ereignis also an einem Huftritt zu versterben heute wäre es noch sehr sehr viel seltener aber damals war natürlich das Gerd noch der beste Partner des Menschen und so können wir einen Durchschnitt pro Jahr und Regiment ausrechnen und Sie merken schon worauf das hier hinausläuft es läuft auch so ein Lambda hinaus einen Erwartungswert ein Lambda von etwa Punkt 6.1 und wenn Sie jetzt mal schauen was das wäre sozusagen pro Jahr und Regiment wenn Sie dann mal in diese 10 Regimente hier reinschauen sind hier quasi die Spalten und die verschiedenen Jahre dann sehen Sie meistens zum Glück ist keiner durch Huftritt verstorben aber oft ist mal hat es mal 1 erwischt manchmal auch 2 und was ist so der höchste wäre hier hin und wieder auch mal 3 erwischt und da hinten im Chor 14 im Jahr 1882 hat es 4 Unglücksraben erwischt dass sie vom Huftritt als Pferdes getötet wurden wenn wir das abtragen als eine Achtung Wahrscheinlichkeitsverteilung dann ergibt sich folgendes Bild wir haben wiederum eine Wahrscheinlichkeitsverteilung die eine Probability Mass Function ist dahingehend dass es also diskrete Ereignisse sind und weniger als 0 kann es natürlich nicht geben dann kann es eben 1, 2, 3, 4, 5 es könnten auch mehr sein das ist hier jetzt quasi nach oben erstmal offen aber man hat sich hier entschieden jetzt mal nur 4 bis 4 abzutragen weil mehr jetzt in diesen Daten auch nicht vorkam und weil sie auch sehen es würde in diesem Fall auch sehr 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 kleine Wahrscheinlichkeiten werden auf der Y-Achse wiederum die Wahrscheinlichkeit dass genau so viele beobachtet werden ja und hier jetzt also tatsächlich in rot abgetragen die tatsächlichen beobachteten Todesfälle durch Huftritt in diesen Regimentern und die Durchschnitt und und das in blau abgetragen ist quasi die theoretisch angenommene Verteilung wie sich eine Zufallsvariable Lambda eine Verzeihung eine Zufallsvariable x mit dem Parameter Lambda von 0,7 pro Einheit abtragen würde dann sehen sie doch schon eine schöne Übereinstimmung zwischen dem roten oder dem roten Stab und dem blauen Stab und diese Übereinstimmung ist sozusagen das was uns dieses Beispiel eigentlich lehren will andere Beispiele gibt es viele sehr beliebt ist Poisson sind Poisson Modelle im Fußball weil Fußball Tore ebenfalls die seltene Ereignisse sind auf so ein ganzes Fußballspiel gerechnet fallen ja dann vielleicht 1, 2, 3 Tore oft mal 4, mal 5 und ganz selten eben auch wie hier noch in diesen Slides aus sozusagen besseren vielleicht doch ein bisschen besseren Zeiten des deutschen Fußballs dieses berühmte Halbfinale von der WM 2014 als sagenhafte 8 Tore gefallen sind 7 für Deutschland und 1 dann noch für Brasilien und hier kann man jetzt anhand des Poisson Prozesses oder der Poisson Verteilung fragen wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich war es denn dass tatsächlich 8 Tore in einem WM Spiel fallen und wenn man das tun will muss man natürlich erstmal ermitteln was ist ein mögliches was ist der mögliche Parameter der Sache zugrunde liegt da sind wir jetzt gute Frequentistinnen und Frequentisten und sagen einfach wir benutzen alle WM Spiele die es jemals gab als Basis als beste Schätzung dafür was wirklich wahr ist und da ergibt sich dann sozusagen ein langjähriger Durchschnitt von etwa 2,5 2,49 Toren pro Fußballspiel also die Einheit hier ist jetzt ein Fußballspiel 90 Minuten und da fallen im Schnitt 2,49 Tore das ist also unser Parameter Lambda den wir jetzt annehmen und jetzt können wir mit der Formel für die Poisson Wahrscheinlichkeitsverteilung hier reingehen und sagen was ist die Wahrscheinlichkeit genau x gleich 8 Tore zu beobachten und setzen dann für Lambda 2,49 ein und für k sozusagen die 8 also das sind die Anzahl Erfolge wenn wir so wollen die wir hier beobachtet haben und dann ergibt sich eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit von 0,003 auch hierzu die Wahrscheinlichkeitsverteilung die sieht dann so aus ja dass wir hier sagen wir haben wiederum so einen typischen Abfall rund um quasi den Erwartungswert von Lambda von rund um 2,5 nochmal da die eigentlichen Daten nicht 2,5 annehmen können sondern ich kann nur 2 Tore beobachten oder 3 Tore ergibt sich also oft so ein Bild dass dann dort rund um den Erwartungswert quasi die höchsten auftretende Wahrscheinlichkeiten sind und das nimmt dann natürlich rapide ab das heißt wenn sie 12 Tore beobachten in einem Spiel dann ist das ein noch unwahrscheinlicher Ereignis als wenn sie 5 Tore beobachten zum Beispiel ja die ist die Poisson-Verteilung die sich im Fußball ganz schön verwirklicht auch hier in Rot und Blau gegeneinander abgetragen mal das was sich so in der Bundesliga-Saison ereignet in Blau das sind die Anzahl Tore das sieht man auch haut ganz gut hin so zwischen 2 und 3 Toren ist das häufigste und was würde die Poisson-Verteilung in Rot vorhersagen da sehen sie es gibt eine ganz gute Passung passt so im unteren Bereich hier nicht ganz gut hier würde die Poisson-Verteilung ein bisschen mehr erwarten und hier ein bisschen weniger aber die Passung ist doch insgesamt ganz gut wie gut das passt im Übrigen das ist eine Frage für die Statistik 2 dort werden wir Chi-Quadrat-Statistiken benutzen um diese Passung uns genauer anzuschauen gut dies glaube ich zur Poisson-Verteilung was ist mit der Einheit das möchte ich nur ganz kurz erwähnt haben habe ich jetzt nämlich glaube ich auch schon gesagt ganz wichtig ist bei einem Poisson-Prozess dass ich mir überlege was ist die Zeit oder Raumeinheit für die ich hier spreche wir meinen also mit Lambda eigentlich immer implizit sowas wie Lambda pro Zeit oder Lambda pro Raum man schreibt es manchmal auch als Lambda in Klammern T seltener Lambda wird also verstanden als die Rate pro irgendwas aber dieses pro was das müssen sie schon im Vorfeld ähm definieren also wenn ich sage was ist die Wahrscheinlichkeit einen Radunfall am Mühlenteller zu beobachten dann ändert sich dieses Lambda natürlich ähm abhängig davon ob ich sage das Lambda wohlgemerkt gibt ob ich sage in der nächsten Viertelstunde am Mühlenteller oder ob ich sage in der nächsten Stunde oder ich sage am nächsten Tag ja und da muss ich eben auch beim Ausrechnen von solchen Aufgaben manchmal ein bisschen auf selbstgestellten Statistikaufgaben vor denen man in der Datenanalyse manchmal steht da muss man aufpassen ähm welches Lambda ist jetzt genau das Richtige für meine Fragestellung ja genau vereinfacht für ein Fußballspiel könnte ich sagen ähm ich hatte ja gesagt pro WM Spiel war dieses Lambda etwa 2,5 wenn ich das aber dann einfach ausdrücken möchte als ein Poisson Prozess pro Minute wenn ich sage wie wahrscheinlich ist es dass in der nächsten Minute ein Tor fällt dann muss ich mit einem anderen Lambda arbeiten dann muss ich sagen dann muss ich Lambda durch das ist mir gegebene Lambda äh äh letztlich teilen durch die durch die Länge äh des Spiels und muss dann eigentlich sagen in der nächsten Minute erwarte ich dann also etwa 0,03 Tore klingt ein bisschen absurd aber das ist mathematisch dann korrekt zu sagen das Lambda für eine Fragestellung wieviel Tore in der nächsten oder in einer gegebenen Spielminute wäre dann 0,03 ja dies nur glaube ich zum Abschluss äh für äh äh nein noch nicht ganz der Abschluss aber zur Abrundung des Themas äh was hat es mit diesem Lambda Parameter der Poisson-Verteilung auf sich ähm ähnlich wie beim Erwartungswert der Binomial-Verteilung auch hier ist es so während wir nur ganzzahlige Erfolge beobachten können kann Lambda natürlich eine beliebige rationale Zahl sein das haben wir jetzt hier auch paar mal gesehen 2,49 0,61 sind typische und okaye Werte für Lambda lassen sie uns kurz anschauen wie die Poisson-Verteilung sich verhält wenn wir jetzt ebenfalls hier sagen wir mal ja eigentlich ein nicht mehr ganz so seltenes Ereignis anschauen wir haben jetzt hier ein sehr ein sehr kleines Lambda von 0,2 da sehen wir das hier gleich mal hier oben im Eck ähm sehr kleines Lambda Lambda kann jede beliebige rationale Zahl äh sein äh größer 0 hier also ein sehr seltenes Ereignis wir erwarten eigentlich nur 0,2 Ereignisse pro Zeiteinheit dann sieht die Wahrscheinlichkeitsverteilung so aus also 0 ist das häufigste Ereignis 1 würden wir auch noch manchmal erwarten und dann eigentlich aber höhere Anzahlen würden wir kaum noch erwarten hier so die 2 das war doch das was wir beim Fußballspiel hatten da hatten wir ein Lambda von 2,5 da sieht es dann etwa so aus für ein Lambda von 4,5 ergibt sich schon sowas bisschen symmetrischeres ja dann haben wir hier auch dass die dass die höchsten Wahrscheinlichkeiten eben in einem Bereich auftreten wo es dann auch darunter noch kleinere Wahrscheinlichkeiten geben kann sodass sich hier sowas symmetrisches auftut und dann wenn Lambda sehr groß wird zum Beispiel wir erwarten 30 Ereignisse pro Zeiteinheit oder 30 Ereignisse pro getrachtete Raumeinheit dann ergibt sich tatsächlich was was schon wieder ziemlich schön normalverteilt aussieht wir sehen also für hinreichend groß ist Lambda und hier ist so eine Faustregel vielleicht etwa Lambda rund um 9, 10 für ein Lambda ab 9 oder 10 nähert sich die Poisson-Verteilung sehr gut einer Normalverteilung an also wir sehen wir kommen über die die Binomialverteilung zur Normalverteilung wenn nur das Produkt aus N und P groß genug wird und wir kommen auch über die Poisson-Verteilung zur Normalverteilung wenn nur dieses Lambda groß genug wird und es sei auch noch gesagt dass die Binomial- und die Poisson-Verteilung auch was miteinander zu tun haben wenn ich nämlich eine Binomialverteilung mit einem sehr großen N habe und einem sehr kleinen P dann ist das eigentlich wie eine Poisson-Verteilung es lässt sich zeigen dass die Poisson-Verteilung im Spezialfall der Binomialverteilung was wir jetzt gemacht haben was ich heute noch zum Abschluss machen möchte das wird nochmal ein langes Video dann haben wir quasi fast eine Vorlesungslänge aber dann haben wir alles Material für die kommende Woche oder für sie dann jetzige Woche beieinander wir hatten bis jetzt von diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilungen gesprochen Gleichverteilung bei Würfelwurf Binomialverteilung Poisson-Verteilung immer in diesen Stabdiagrammen operiert wir erinnern uns wir haben aber auch sehr sehr viele Merkmale die eben zwischen einer letztlich beliebigen Unter- und Obergrenze auch beliebig viele Werte annehmen können also wenn ich sage bei Reaktionszeiten wie viel verschiedene Werte zwischen einer und zwei Sekunden sind überhaupt möglich bei meiner zufallsvariable Reaktionszeit da muss ich sagen unendlich viele Werte ich kann eigentlich Definition von der stetigen Variable ich kann ein beliebig kleines Intervall mehr anschauen und kann dort beliebig viele unendlich viele Werte noch hineinpassen hineinpacken wenn sie mal Lust haben an der Stelle könnten sie jetzt als kleinen literarischen Ausflug sich mal die Bibliothek von Babel durchlesen von dem großen argentinischen Schriftsteller Jorge Luis Borges der in seiner Bibliothek von Babel über so einen Fall spricht wie man in eine Bibliothek eigentlich unendlich viele Bücher hineinpacken kann also so ähnliches mit stetigen Variablen auch sie kann unendlich viele verschiedene Werte annehmen anders als diese diskreten Variablen Reaktionszeiten Körpergewicht und auch wenn ich Daten aggregiere also ich könnte zum Beispiel auch Attraktivitäts Ratings nehmen wenn ich nur viele ich kann eigentlich diskrete Ausprägungen haben wie ein Rating das hat vielleicht nur die Werte zwischen 0 und 10 wenn ich jetzt aber anfange die zu aggregieren also letztlich zusammenzufassen zum Beispiel zu Mitteln über 100 Durchgänge dann können natürlich auch krumme Ratings also wirklich krumme quasi stetige Werte resultieren und diskrete Verteilungen sind natürlich für solche Werte gar nicht definiert ich kann ja nicht in den Binomialkoeffizienten n also bei 10 Durchgängen 3,81 das kann ich gar nicht eingeben sozusagen das funktioniert überhaupt nicht ein k kann nur ganzzahlig sein bei einer Binomialverteilung oder bei einer Poissonverteilung also wir brauchen da irgendeine andere Lösung dafür und zwar brauchen wir natürlich stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen bisher hatten wir einfach gesagt für jede mögliche Ausprägung der Zufallsvariable können wir eine Wahrscheinlichkeit ausrechnen und die haben wir im Zweifelsfall noch aufsummiert da haben wir diese Stäbe quasi aufsummiert oder kumuliert und hatten dann eine Verteilungsfunktion das geht bei stetigen Zufallsvariablen so natürlich nicht mehr warum geht es nicht mehr passiert jetzt was sehr interessantes und paradoxes ich muss kurz gucken dass wir in der Zeit liegen was ist denn eigentlich die Wahrscheinlichkeit dass ein deutscher Mensch genau 68,470588235294 Kilo schwer ist anders gefragt was ist die Wahrscheinlichkeit dass er zwischen 68 und 69 Kilo schwer ist die können sie bestimmen aber die ist doch wahrscheinlich auch schon ziemlich klein auf jeden Fall ist die kleiner als wenn ich sage die Wahrscheinlichkeit zwischen ähm zwischen 80 und 50 Kilo zu sagen und worauf ich hier hinaus will ist dass paradoxerweise ein ganz eine ganz genaue Ausprägung einer stetigen Zufallsvariable eigentlich die Wahrscheinlichkeit null sogar hat das sehen wir aber gleich noch ein bisschen besser eine erste Maßnahme wenn wir solche stetigen Merkmale haben wir machen das jetzt hier zum Beispiel mal mit dem Körpergewicht nochmal wäre doch wir kategorisieren sie oder das war unser wichtigster Trick in der deskriptiven Statistik dass wir gesagt haben stetige Merkmale kein Problem wir bilden sogenannte eine sekundäre Häufigkeitsverteilung wir bilden Kategorien Klassen Bins in die wir die Daten einteilen wir können also hier so ein Histogramm der Körpergröße uns zum Beispiel angucken mit der Intervallbreite 10 und 6 Kategorien und jetzt kann ich hier natürlich eine Wahrscheinlichkeit ausgeben was ist die Wahrscheinlichkeit zwischen 60 und 70 Kilo schwer zu sein das entspricht genau der Höhe dieses Balken 30% ok kann ich einfach machen was wir auch gemacht haben war wir haben ein Histogramm immer so ein bisschen rumgepfuscht oder so ein bisschen rumgekünstelt und haben gesagt wir probieren verschiedene Bindbreiten durch und wir haben auch gesagt das macht auch Sinn und jetzt benutzen wir das aber mal zu unserem Vorteil hier also wirklich als fast eine Art von Beweis den wir hier führen wollen nämlich sehen sie was ich hier geändert habe ich habe jetzt die Intervallbreite auf 2 gemacht und bin auf 30 Kategorien gegangen also wir sehen ein viel feiner abgestuftes Histogramm es entstehen irgendwie neue Muster hier hinten auch aber ganz wichtig wenn ich nach meiner Regel wie ich sozusagen hier auf diese Wahrscheinlichkeiten komme wenn ich einfach die Wahrscheinlichkeiten jetzt immer noch zwischen 60 und 70 einfach aufsummieren dann muss ich halt diese muss ich jetzt nicht mehr einen Balken anschauen sondern muss halt die Wahrscheinlichkeit in diesen Balken zusammenfassen sehen sie auch hier wie das jetzt runtergegangen ist in jedem einzelnen BIN ist natürlich weniger vertreten also sie können hier nochmal zurückgehen die ganze Skaliertheit von der Y-Achse ist jetzt eine ganz andere weil es gar keinen es gibt nicht mehr einen BIN der mal 30 40% einfangen würde sondern jeder einzelne BIN fängt natürlich nur noch vielleicht 4 5 6 8% ein wenn ich das aber aufsummiere komme ich auf Wunderbar genau denselben Wert genau wieder auf 30% okay also dieses Spiel kann ich offensichtlich noch weiter treiben und zwar dahingehend dass ich W gegen 0 schiebe das erinnert sich jetzt vielleicht ein bisschen an die Schulmathematik dass ich glaube also ich erinnere mich zumindest dunkel so an die damals 10. Klasse oder so glaube ich oder 9. Klasse 10. vielleicht dass man so angefangen hat mal sich mit Integralen zu beschäftigen ging das glaube ich auch eigentlich so dass man gesagt hat man lässt sozusagen so die Intervallbreite jetzt quasi immer kleiner werden und damit geht natürlich die Kategorienanzahl gegen unendlich also gegen unendlich irrerweise was aber nach diesem Prinzip passiert wenn ich einfach alle Bins zwischen 60 und 70 auch summiere ist die Wahrscheinlichkeit bleibt immer die gleiche was ist also eigentlich gerade passiert Stichwort Integralrechnung die Fläche unter der Kurve ist immer genau gleich geblieben unter der Kurve wir müssen an diesen sogenannten Polygonzug hier denken der die Klassen mitten verbindet der wird natürlich immer feinkliedriger aber die Fläche darunter hat sich nicht verändert das ist ja irre weil jetzt haben wir hier eine Wahrscheinlichkeit und hier sprechen wir von Fläche unter der Kurve das heißt wir können jetzt schon sagen offensichtlich entspricht die Fläche unter einer Kurve der Wahrscheinlichkeit das ist ein ganz wichtiger Moment der jetzt zugegebenermaßen sehr spät in diesem Video kommt sie sind total müde und erschöpft ich hoffe sie haben sich eine Pause gegönnt das ist ja ein Video anders als ein Vorleser und was wir jetzt eigentlich gerade gemacht haben ist wir haben also tatsächlich diese Kurve integriert wir haben eine Wahrscheinlichkeitsfunktion genommen und haben deren Integral betrachtet haben eigentlich also abgeleitet und haben so die Wahrscheinlichkeit bestimmt was ist die Wahrscheinlichkeit dass x zwischen einer beliebigen unteren und oberen Schranke liegt das entspricht genau der Fläche unter dieser Kurve dieses Integral ist sozusagen der wichtigste Schlüssel um jetzt von dem Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten wie wir es jetzt quasi zwei Wochen kann man sagen gemacht haben hin zum Ablesen von Wahrscheinlichkeiten aus diskreten Entschuldigung aus stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilungen führt und das haben wir jetzt quasi hiermit geschaffen wir halten fest was wir eigentlich tun in der in der Wahrscheinlichkeit und dann vor allem in der Inferenzstatistik also so ab nächster Woche dann oder ab jetzt in den kommenden verbleibenden wenigen Wochen wir interpretieren die Fläche unter einer sogenannten Dichtefunktion oder Wahrscheinlichkeitsverteilung für die ein anderes Wort ab jetzt Dichtefunktion ist wenn es eine stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung ist wir interpretieren diese Fläche darunter als Wahrscheinlichkeit und das ist irre weil das können wir jetzt zusammenbringen mit dem was wir über Omega gesagt hatten wir hatten ja auch gesagt generell Omega also die möglich die der ganze Ereignisse der ganze der Raum aller möglichen Ereignisse der sogenannte Probability Space der hat ja auch die Fläche 1 haben wir gesagt ja und das sehen wir jetzt hier wiederum verwirklicht unter dieser Kurve decken wir ja unter auf der x-Achse alle möglichen Ausprägungen unserer Zufallsvariable ab und die Fläche unter so einer Wahrscheinlichkeitsverteilung die ist also immer 1 das erinnert uns an das zweite Axiom von Kolmogorov deshalb hier auch das nochmal so hier hingeschrieben und damit haben wir jetzt quasi die Dichtefunktion etabliert und wir können jetzt auch zum Beispiel hier uns eine Standard Normalverteilung angucken und können jetzt neu dazu noch sagen was wir da abtragen also diese Funktion von x die da so etwas nebulös immer auf der x-Achse auf der y-Achse steht das ist eigentlich die Dichte und wir nennen diese Funktion die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer stetigen Variable generell die sogenannte ihre PDF oder Probability Density Function also nicht PDF wie Portable Document Format sondern die Probability Density Function Dichte kann man sich nochmal ganz schön vorstellen dass man fragt wo wohnen so die meisten der x-Werte dort ist es am dichtesten so leite ich mir das zumindest immer her und es ist natürlich hier rund um den Erwartungswert in dem Fall hier die 0 bei einer Standard Normalverteilung und wir könnten dann hier auch ein Intervall definieren und könnten sagen hier in so einem gewissen Intervall rund um 0 wohnen 40% der Werte und wenn Sie sich erinnern haben wir ja für eine Standard Normalverteilung genau das gemacht ich nehme sogar mal hier die gelbe Farbe und sage wir wissen doch eigentlich wie viel Prozent diese Fläche war wir haben das natürlich so ein bisschen verklausuliert in der Vorlesung 7 oder wo das war in Video 7 als wir haben es ein bisschen verdruckst mit relativen Häufigkeiten noch gemacht und jetzt können wir wirklich sagen wenn wir eine Standard Normalverteilte Zufallsvariable haben dann wissen wir dass die Wahrscheinlichkeit dass sie zwischen Minus einem und einem einer Standardabweichung letztlich liegt dort werden wie viel waren es nochmal die berühmten 68% liegen das heißt die Wahrscheinlichkeit dass also eigentlich ich kann sagen Z zwischen Minus 1 und 1 ist beträgt 68% und so weiter und so fort ja das ist deshalb auch tatsächlich der gleiche Graph den ich hier verwende und nochmal immer egal wie die sogenannten Tails der Verteilung sind die kommen ja nie ganz auf drunter die nähern sich ja nur asymptotisch sozusagen der 0 dann auf der Y-Achse an egal die Fläche darunter die Fläche unter einer stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung ist immer gleich 1 egal welche Form diese Wahrscheinlichkeitsverteilung eigentlich hat das war das Wichtigste was wir für heute noch besprechen mussten und an dieser Stelle würde ich dann auch das Video beenden wollen bedanke ihnen für ihre Geduld das war eine aufregende Woche wo wir vom langweiligen Würfelwurf bis zur Standard Normalverteilung uns gehechelt haben über die Binomialverteilung und über die Poissonverteilung und alles mündet in die Wahrscheinlichkeit in die Normalverteilung oder kann zumindest dort münden allgemeiner haben wir quasi aufgehört mit stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilungen mit deren Dichte Danke und bis zum nächsten Mal Ciao